als doktor du genau diese herausforderung geht es in dem video ich zeige euch was ihr machen müsst wo ihr hin fliegen müsst alles in diesem video lasst auf jeden fall sehr sehr gerne like da und freunde wieder neu auf den kanal seid sehr gerne abonnieren und die glocke aktivieren ich helfe euch bei allen herausforderungen ob sie wöchentlichen sind ob sie skin herausforderungen sind oder auch geheime herausforderungen ich helfe euch bei allen herausforderungen so dass er möglichst schnell alles freischaltet ja freunde ganz wichtig ihr müsst hier nach dusch domain fliegen einfach hier in die mitte und dort seht ihr natürlich einfach der doktor du mitten in der mitte ihr müsst battle pass stufe 67 sein dort frei schaltet ihr doktor du frei und dann auch noch battle pass stufe 74 damit ihr dann die herausforderung von doktor du freischaltet und ja ich danke euch das immer auf der karte einfach hier mitten in der mitte doktor du müsst ihr natürlich auch ausgewählt haben im spiel und dann einfach dort landen ganz ganz easy phase 1 abgeschossen das war's mit dem video bis zum nächsten mal hau da rein ciao